Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute, heute, spielen wir eine weitere Folge Zombie. Oh yeah. Okay, da vorne ist schon wieder einer. Was der da auch immer tut. Oder befreie dich mal, komm mal her. Oh. Oh. So ein bisschen viele, aber wir wollten ja zu diesem Rucksack. Haben die mich jetzt schon gesehen? Nicht, ne? Feuerkraftaufwertung. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So, Leiter benutzen. Bin mal gespannt, wo der Rucksack ist. Gut. Wow. Munition auf jeden Fall und etwas zum Snacken. Okay, aber der... Ah, jetzt kommen wir dahin. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, das war nur Munition. Und unter uns, quasi in diesem Gang müsste ja, Ryan theoretisch, äh, der Rucksack liegen. Wenn mich nicht alles täuschen sollte. Aber ich will nochmal kurz was, äh, nachschauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Werkbank, dann können wir das Ganze, ähm... Auf die Waffe schrauben, glaube ich, so war das. Alles klar, und hier war auch noch eine Kiste. Ne, das war keine Kiste. Aus einigen Subjekten fand ich in den heißen, entzündeten Bereichen der Leisten, der Achselhöhle und dem Rachen Taschen, angefüllt mit reichlich fauligem Eiter, welch ich für weitere Investigationes entnahm. So, hier ist wohl nichts Interessantes mehr für uns. Dann metzeln wir uns hier mal durch, ne? Oh, nicht schon wieder der Bulle hier. Bruder! Macht doch diesmal. Oh. Jetzt bist du nur noch alleine. Alter, Vater. Ja, hier wäre jetzt auch noch was gewesen. Können wir sogar aufheben, wenn wir Platz hätten. Okay, das Medicate hängen wir noch ein bisschen auf, äh, für schlechte Zeiten. So, jetzt aber. Okay, Schutz Munition. Oh yeah. Okay, wir scannen mal kurz die Umgebung hier. Alles klar. Die Kranke muss gebändigt werden und ist durch kein Kräuterabsud zu besänftigen. Sie scheint unersättlich und nichts, was ich ihr gebe, kann ihren ungeheuerlichen Appetit stillen. So, als würde sie von einem schändlichen, so als würde sie von einem schändlichen Impuls getrieben, alles Leben in ihrem Umkreis zu verschlingen. Nein, gestern befreite sie sich von ihren Fesseln und hätte unser Pferd lebendig ausgeweidet, wäre ich nicht bei Zeiten beigesprungen. Mich schaudert angesichts des erbärmlichen Loses, zu dem der Mensch verurteilt ist. Das ist eine wandelnde Hülle, ein leeres Gefäß, das nur existiert, um seine Gier nach Fleisch zu stillen. Wo war ich? Sie müssen verzeihen, ich bin ein bisschen zerstreut. Ah ja, Dr. D. John D. war Wissenschaftler, Alchemist und Naturphilosoph zu Zeiten Illitha bis der ersten. Vielleicht sogar Spion. Unglaublich. Und wissen Sie, Dr. D. schrieb eine Warnung bezüglich dieser Seuche. Oh, Entschuldigung, ich muss. Ja. Ja, cool, eine Geheimtür. Oh, äh ja. Da ist der Rucksack. Und hier ist ein Zombie. So, Schnauze. Rucksack XL. Okay, vielleicht haben wir ja jetzt mehr Platz. So kann ich das... Naja, ja, bisschen, ne? Bisschen. Nicht viel. Okay, hier können wir wieder raus. Können wir nochmal andere Seite luschern. Und wir scannen einmal nochmal. Okay. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als Decogt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nennen. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen zurückdrängt. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch, Gott sei's geklagt, erlag sie einem letzten Anfall und hörte schließlich, Gott sei's gedankt, für immer zu atmen auf. Gebe Gott ihrer Seel Frieden. Ich bin überzeugt, dass dies Werk praktische Hinweise enthält, die zu einer Lösung führen. Möglicherweise den Schlüssel zu unser aller Heil. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als Decogt... Ja, das haben wir uns gerade angehört. Ich habe gedacht, das könnte man nochmal aufheben oder so. Mitnehmen. Uh, der Armbrust. Okay. Jetzt? Ah, jetzt. Nichts drinne, aber hier ist noch Munition für uns. Und einen Brief. Haben wir den schon? Ich glaube, den hatten wir schon. Bis zum nächsten Mal. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, hallo. Oh, wie ich sehe, haben Sie gestern das Buch gefunden. Ich hoffe, es gab keinen Ärger. Reichen Sie es durch, ja? Achso. Oh, warten Sie. Da ist noch was. Ähm, das Ding, das Sie da haben, sieht aus wie das, was die Omega-Jungs rumtragen. Würden Sie mal rüberkommen, um diesen Infizierten mit mir zu scannen? Wir brauchen eine vollständige Analyse, um die infizierte Drüse zu isolieren. Der menschliche Körper ist wirklich faszinierend. Selbst wenn alle Lebensfunktionen erloschen sind, kämpft er weiter gegen die Infektion an. Fantastisch. Das dachte ich mir. Sie müssen ihn erst von seinem Elende freien. Füllen Sie die Spritze dann mit dem Antikörpern-Osteak-Infizierten-Grüse. Oh, scheiße. Ja, wir müssen wohl die Spritze zuerst. Echt gut. Ja, gut. Oder auch nicht. Perfekt. Also. Diese Spritze wird ein Virozid synthetisieren. Eine Art Gift. Überaus tödlich. Es reicht für eine Injektion, aber Sie können sie jederzeit dann abholen. und anderen Probanden nachvollziehen. Nun. Dafür muss ich Sie aber um noch etwas bitten. Ein zweites Buch. Das Studium Contagione. Das Studium der Infektionen. Von die höchstpersönlich. Sehr selten. Aber ich weiß, dass Ron Friedman eine Kopie besitzt. In seiner Wohnung, in der Brick Lane. Ron gehört zu dem Raben. Wissen Sie? Hm. Okay. Dann machen wir uns auf die Socken. aus dem Weg. ein. Das war's für heute. 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 Mensch, Mensch, Mensch. Das war's für heute. Okay, wir sollten uns auch nochmal verbinden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute,